Was spielt der BER für Berlin-Brandenburg eine zentrale Rolle? Für Berlin-Brandenburg spielt der BER eine ganz zentrale Rolle. Eine gute Flugverbindung ist immer ein Tor zur Welt und bedeutet für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland wirtschaftlichen Erfolg. Für die Menschen in der Region bedeutet es Chancen und deswegen ist der BER hier an der richtigen Stelle und ganz wichtig. Ich halte nichts davon einzelne Mobilitätsangebote zu verbieten. Was wir brauchen ist klimaneutrale Angebote und dann eine Vielfalt von Angeboten, aus denen die Bürgerinnen und Bürger auswählen können. Und deswegen halte ich nichts von Verbot von Kurzstreckenflügen, sondern ich halte viel davon, Kurzstreckenflüge durch synthetische Kraftstoffe klimaneutral zu machen. Wir müssen synthetische Kraftstoffe nutzen, dann können wir auch künftig fliegen, ohne damit in Konflikt mit Klimaschutz zu geraten. Und deswegen brauchen wir einen Hochlauf der Produktion synthetischer Kraftstoffe. Wir fördern das mit 1,9 Milliarden Euro. Was wir aber auch brauchen ist eine Regulierung, die dafür sorgt, dass das Verwenden synthetischer Kraftstoffe nicht zum Wettbewerbsnachteil wird. Es muss eine internationale, einheitliche Regelung geben. Auch dafür setze ich mich an. Wir sind in einem engen Dialog mit den Flughafenbetreibern, weil das Wichtige ist, dass man sich jetzt gut vorbereitet auf die Urlaubssaison. Letztes Jahr war sehr schwierig, direkt nach der Pandemie. Jetzt hat man aber viel Zeit gehabt und wir sind in einem engen Austausch, damit wir alle Möglichkeiten, die wir von politischer Seite an Hilfe leisten können, auch rechtzeitig auf den Weg bringen. Dieser Dialog läuft sehr gut und ich bin zuversichtlich, dass es über Sommer gut laufen wird und die Leute glücklich und zufrieden in den Urlaub fliegen können. Wenn es nicht mehr gut geht, dann geht's mal ein paar Drei. Das war das Wichtige. Wir sind in der Zeit, die wir von uns schon mal, von einem Schuss und Schuss. Also wenn es nicht mehr so gut geht, Vielen Dank.